Hallo, herzlich willkommen zurück zu Terrorist. Ja, klasse, schwer. Werden wir das diesmal schaffen oder werden wir die wieder, 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 wieder gesundheit? Ich wette, um 5 Euro das was nicht packen. Ich sag, wir schaffen das. Ich schmeiß die Scheine in den Club. Ich höre einen Bomber. Es ist keiner mehr im Raum. Es war doch noch einer im Raum. Und der Bomber ist? Hinter der Tür. Bomber kommt. Hab ihn. Sehr schön. Da kommt aber auch gleich der nächste. Die schießen von draußen, die Wechsel. Vorsicht, Bomber. Sehr schön. Darum schießen die dann von draußen? Was machen die da? Macht mich Sachen. Draußen ist unser Gebiet. Wollen wir erst in den Keller? Können wir. Ja komm mit, komm her. Komm her, komm her. Den Kuckuck. Alter. Ich hab keine Kononen mehr da. Ist ja alles clean? Ich glaube, ich hab alle erwischt, die da drinne waren. Oh, Vorsicht. Nein, 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 nein. Ich wollte grad sagen, ob schaffst du das? Bisschen Munition aus. Kann sein. Ach, jetzt geht's auf einmal, weißt du? Ja, aber das ist ja nur für einen bestimmten Moment, weißt du? Ja, ja, ja. Aber wenn man es gebrauchen kann, nein. Soll, scheiße. Pff. Nochmal aufschwer? Bleiben wir ja 5 Euro. Ich hab ja gesagt, minus 5 Euro. Dass wir das schaffen. Weil es sich voll weggepfiffert hat. GG. Okay, wir versuchen es doch mal aufschwer. Aber jetzt schaffen wir das. Sache ist, du preschst halt, beziehungsweise wir preschen einfach viel zu schnell vor. Wollen wir mal taktisch vorgehen? Du musst da wirklich mal ein bisschen ruhiger werden. Ja, ja, das will ich die ganze Zeit. Aber du immer, bramm einfach hin und dann stehst du da mitten im Raum. Gut, du willst Taktik, jetzt kriegst du Taktik. Ja, das will ich sehen, Kollege. So, du bleibst hinter mir. Ich öffne die Türen für dich. Und trotzdem bleibst du hinter mir. Das mag gerne sein, wenn du sneakst. Leute, zum Glück warst du nicht vor mir, sonst hätt ich dir in vorm schönen Headshot gegeben. So, du hast die Tür geöffnet, jetzt wartest du bis ich komme. Das ist gar keine... Bamba! Habe ihn! Magazinwechsel! Noch Mamba! Hab ihn! Ich fange den ab! Habe ihn! Habe ihn! Himbe den ab! So, jetzt Taktik! von hinten! Ich deck dich von hinten. Ich deck dich von hinten. Vorsicht Granate. Weiß nicht ob der jetzt tot ist oder ob da noch einer ist. Ich hab da. Da ist noch einer. Ich geh vor. Läuf. Ne ist auch keiner mehr. Na gut. Rein da. Weißt du das hinter mir? Kannst du sneaken? Ja ja. Kannst du sneaken? Kann ich dann über dich drüber schießen? Ne ne. Ja rein. Vorsicht. Aber wenn ich sneaker können die mich treffen. Ja ne. Dann. Lass uns. Das bringt noch nichts. Von oben. Von links. Von hinten. Ja ist nüch. Ja. War wenig schon. Wo kommen die denn jetzt her? Die können. Die ist sehr offen gerade ne. munition einsammeln wo bist du hin dann gehen wir jetzt nach oben ich geh vor du hast da das holz vorsicht hier ist clear links auf du machst links ich mache rechts ich sehe nichts ich bin full flash ich wollte gerade messern aber danke wir wollen noch ein bomber war Ja Mike, glützt die. Die wollte gerade, die wurden gebummt, der wollte die ausweichen, du dünne. Vorsicht, dass ein Ding kommt. Mhm. Hattet ich nämlich auch vor, genau das gleiche. Oh, hier ist einer. Nein. Nein. Oh, von hier glaube ich. Ja, Treppe, da kommen sie. Noch einer. Warte. Da ist noch einer. Sehr schön. Und jetzt ist die Frage, wo ist der letzte? Da ist der letzte. Hab ihn. Das ist meiner. Das ist meiner, wie ich gesagt. Aber wir haben es geschafft. Hab ich doch gesagt, wir schaffen das. Wir haben es mal geschafft. Das ist ja ein Ding voller Überraschung. So, jetzt machen wir noch eine kleine Runde hinterher. Als Anti-Spoiler-Bitch. Weißt du? Ne, das verstehe ich nicht. Damit man an der Kürze der Folge nicht sieht, dass wir das geschafft haben. An der Kürze liegt die Würze. Richtig, aber... Wir machen jetzt nochmal eine schnelle Runde hinterher mit nicht-takischen Absprachen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ich kann ja mal eine neue Klasse ausprobieren. Und dann ist Feierabend für heute. Ja, das sehe ich auch so. Das ist ein guter Punkt an der Stelle. Kannst du nicht eine andere Map irgendwie mal auswählen? Das hättest du eher sagen müssen. Nötig. Was nehme ich denn mal? Ich nehme mal Fuse. Obwohl, nein, stopp. Ich will Finker. Finker ist mir eindeutig lieber als Fuse. Vor allem Fuse bringt nichts in Terroristen. Ich bleib bei Sledge. Richtig. Begründung, glaube ich. Hopp, hopp. Also ich habe 100 Schuss in der Waffe. Wie viel hast du? 31. Wenig nur. Auf 240. Bomber. Wo kommt der? Ja, von mir. Von meiner Seite. Ja, kommt auch einer. Ich wollte mich gerade sagen, ich höre doch den Bomber von beiden Seiten. Man, sehr simmetrische Bomber. Vorsicht, Bomber. Nein, 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 nein. Vorsicht, Kanotte. Da sagst du was. Oh, der ist ja die Rehre. Ich kriege mich gerade vor. Ich mache sowas. Hinter uns. Ich bin tot. Bei mir, direkt an meiner Leiche. Ja, das war ja richtig gut, dass du das gemacht hast. Während der Gegner auf mir steht. Wusstehe ich doch nicht, dass er da steht. Er hat gesagt, der Gegner ist auf meiner Leiche. Ja, das hast du aber gesagt, während ich das schon gezündet habe. Gut, ich mache das jetzt. Pass auf. Quickshot. Hätt. Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Ich habe es gesehen. Gut, damit würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war wirklich beeindruckend. Das war Taktik. Damit habe selbst ich nicht gerechnet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Hauen Sie hin. Tüdelü. Tüdelü. Ende. Ende.